. . . . . . . . Komm schon schneller! Bastian, da geht mehr! Come on! Vorsicht! Ah! 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 Ike, was ist los? Mein Fuß, Mann! Ich glaube, es ist einfach weg. Oh! Oh! What a shit! Weißt du was? Ich sag den Marathon ab und gut ist. Wichtig ist, dass du erst mal auf die Beine kommst. No! Ich kann dich immer noch trainieren. Das ist doch Wahnsinn! Du kannst mich doch so nicht trainieren! Nein, nein! Ich sag das ab! You don't quit! It is for Africa! Okay, Bastian. Let's be honest. I don't give a shit about Africa. Aber ich liebe Kim. Ja. Und deswegen brauche ich diese Marathon. Und du hilfst mir mit Hagen. He doesn't like me. Er sorgt sich halt. Wie Väter so sind. He thinks I'm a heiratschwindler. Okay, Ike, dann lasse ich jetzt vielleicht auch mal besser die Hosen runter. What the fuck? Es ist eine Redwendung. A saying in Germany. Ike, ich kann unmöglich diesem Marathon mitmachen. Mein Plan heute war, ich wollte über den Baumstamm fallen und dann so tun, als hätte ich mir den Fuß gebrochen. Dann hätte ich mich krankschreiben lassen und dann Goodbye Marathon. Haha, you bloody son of a bitch. Tja, so, dankeschön. Aber dann bist ja du über den Ast gestolpert. Und jetzt kann ich mir ja unmöglich auch noch von Doc Holliday einen Gips anlegen lassen. Wie sieht das denn aus? Okay. Du hast ein Problem? Ich hab ein Problem. We make a deal, my white brother. Du hilfst mir mit die Hochzeit und ich hilfe dir die Marathon abzusagen. Ike Dubaku wird einen Plan machen. Wiegald? Ey, Bastian, was machst du denn hier? Ja, mein Trainer hat sich beim Training verletzt. Und du? Lass mich raten. Ganz unglücklich über den Baumstamm gestolpert und jetzt hier von Doc Holliday krankschreiben lassen, ha? Und dann kann der arme Wiegald dummerweise nicht am Marathon teilnehmen, weil er ja verletzt ist. Doc Holliday? Dr. Leder. Besser bekannt als Doc Holliday. Komm, jetzt du mal nicht so. Das war mein Plan. Was denn für ein Plan? Wovon redest du? Ich kenn weder Dr. Leder noch Doc Holliday. Ich war bei Dr. Jung. Hör mal, hier geht's um die Kinder in Afrika. Da zählt jeder Euro. Ich kann kotzen, dass mir das hier passiert ist. Und du willst dich jetzt hier doof rausfinden? Nein, nein, nein. Ich trainier ja schon die ganze Zeit. Das war mein Plan. Kann ich gar nicht glauben. Dann sagt man doch gar nicht erst zu. Oh, was wird das denn? Der große deutsche Cholesterin-Belastungstest? Richtig. Und nur noch ich und die Wildecker-Herzbuben sind im Rennen und ich muss gewinnen. Dann ist das jetzt vielleicht ein bisschen unpassend, aber ich stell die Frage trotzdem mal. Hättest du zufällig Zeit und Lust am Promispendmarathon für Sat.1 teilzunehmen? Sat.1. Klingelt gar nichts bei mir. Kleiner Bonus-Anreiz. Es gibt auch keine Gage.